Prinz Harry und Herzogin Mekan, verlieren erneut zwei Mitarbeiter. Hinter Prinz Harry, 38, und Herzogin Mekan, 41, liegen turbulente Zeiten. Die Veröffentlichung ihrer Netflix-Dokumentation und der umstrittenen Memoiren von Prinz Harry sorgten für viel Aufmerksamkeit. Und die beiden werden offenbar nicht so schnell zur Ruhe kommen, denn in ihrer Stiftung Archivell stehen Umbrüche an. Wie sie Telegraph berichtet, werden zwei führende Mitarbeiter die Organisation verlassen. Dabei handelt es sich zum einen um Ben Brofning, Content-Chef von Archivell Productions, dem Filmbereich der Stiftung, und zum anderen um Fahrertähler, die das Marketing-Team von Archivell leitet. Beide sollen später in diesem Jahr ihre Jobs aufgeben und nach ihrem Ausscheiden nicht ersetzt werden. Kommunikationsleiterin Ashley Hansen ließ ausrichten, dass der Herzog und die Herzogin für die Unterstützung der beiden bei den wichtigen Rückblick-Projekten, die sie kürzlich veröffentlicht hätten, sehr dankbar seien. Laut Telegraph hatte Brofning die gesamte Produktion der Harry und Mekan Netflix-Serie betreut. Laut eines Sprechers wolle man sich nun auf die Produktion von gescripteten Inhalten fokussieren. Der Marketing-Zweig soll hingegen rationalisiert werden. Im Dezember 2022 wurde bekannt, dass Prinz Harry und Herzogin Mekan for Tanset die Leitung ihrer Stiftung übernehmen. Das berichtete das People-Magazin unter Berufung auf ein Statement der Organisation. Demnach ist Mandana Dayani, 40, von ihrer Position als Präsidentin von Archivell zurückgetreten. Der Schritt sei geplant gewesen, hieß es. Für die Position werde es keinen Ersatz geben. Die ehemalige Präsidentin unterstütze Mekan und Harry in ihren neuen Führungsrollen voll und ganz und sie bleiben Freunde, verkündete Archivell laut People. Harry und Mekan gründeten Archivell im Jahr 2020, kurz nachdem sie als hochrangige Royals zurückgetreten und in die USA gezogen waren. Die Mission der Organisation ist es laut ihrer Webseite, die Kraft des Mitgefühls zu entfesseln, um einen kulturellen Wandel voranzutreiben. Die Mission der Organisation ist es laut ihrer Webseite, die Kraft des Mitgefühls zu entfesseln, um einen kulturellen Wandel voranzutreiben. Die Mission der Organisation ist es laut ihrer Webseite, die Kraft des Mitgefühls zu entfesseln, um einen kulturellen Wandel voranzutreiben.